Der, äh, der, äh, Hauslosen liegt bei 33,1% Was sei denn, ich hatte auch kein Haus Ne, einzig ein Drittel? Ja Achso, jetzt hier in Minecraft Jetzt fangen diese scheiß Ruckler schon wieder an Diese behinderten Mikro-Ruckler Hast du ne zweite Grafikkarte? Ich bin auch noch Hauslos Ja, also haben wir eigentlich eine Homelessness-Rate von 100% Wenn man es genau nimmt, weil ich ja mit mir auch keins Ha Ja, wenn das jetzt so ist So ist es So ist es Und so wird es immer sein Und ob, Herr Bertram Boah Jetzt, äh, toll, jetzt muss ich mich doch runterbundern Jetzt hab ich gedacht, da hätte ich eben ne Höhle gefunden Aber Nee Kannst von mir kommen, jetzt ne Höhle Ja, ich buddel jetzt hier mal ein bisschen Ich werd eigentlich hier hin Mein Kopfhör raus, also voll hier Will ich verarbeiten Nee Hast du immer noch diese T-Bone-Dinger, oder? Nee, hast du gar nicht Nee Nee, warte mal, was hast du? Superloks Kannst du so schlecht spielen Und die Halterung da hinten nicht mehr Das Gute ist, dass der Eike heute nicht arbeiten, äh Quatsch, morgen nicht arbeiten muss Hat er gesagt Ja Und das ist cool, dann können wir nämlich jetzt aufnehmen Ganz lange und Eike muss nicht auf Ja, solange bis deine Festplatte voll ist Die, das könnte dauern Wieso? Weil da noch nicht so gut wie nix drauf ist Wie viel Gigabyte? Kein Plan Ja, wie viel Gigabyte ist das? 500 Aber ich hab halt die Ich hab ja im Windhof neu gemacht Und mit einem drum und dran Und ich kann ja mal grad gucken Ich muss ja hier irgendwo stehen 296 noch Ja, komm, ein paar Minütchen geht noch Können wir noch 10 Minuten machen, ja Ja, 10 Minuten geht noch So, ich zieh mir jetzt das Eisen, was ich noch finde Und nehm mich mit Und dann geh ich nach oben Ja So, hier ist mein Haus Ich hab grad deinen Namen gesehen Ja, wo warte? Ich buddel hier, mich geht um runter Also nicht auf der Stelle, aber Ich buddel halt Ich möchte Steine sammeln So wie Eisen und so einen ganzen anderen Kram finden Warte Ich seh deinen Namen aber nicht Kann das, was ich mich geirrt hab? Ich hüpfe mal Du hoffst drauf Hüpfe Achso Hüpfe Auf was von der Höhe bin ich hier? 46 Lepp mich doch ansonsten Ich bin 20 So alt? Mhm Nächstes Jahr Also ich nicht Ne Eike wohl Voll schlimm Schon wieder ein Smaragd, ey Schon scheiße, wenn dir eins weg ist, ne? Ist noch da, aber Ach, noch? Bald steht da eine 2 Ab dann würde ich mich definitiv alt fühlen Äh, aber bald 30, Eike Hör mal Bald 30, ey Weißt du, was geil ist? Nein Alter Alter WTF Ich hab nicht nur ein Standbild, ich habe ein Standbild Ja, tu ich auch gerade Wui, 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 wui Wtf Hallo, Mr. Minecraft Äh, nein Äh, nein Also ich hab noch nichts gemacht Ich wüsste aber trotzdem mal gerne, was hier abgeht Ich mach einfach mal F9 Also ab jetzt, äh, labere ich zwar Ey, cool Minecraft lebt wieder Äh, ha So, wo ist es? Java Java lebt doch noch So, das dürfte man gesehen haben, wo ich wieder aufgenommen habe, das heißt ich muss dann Videospur verschieben ohne Ende gleich, nachher irgendwann Was ne Scheiß, Minecraft abgekackert, abgepupst Und ich hab ne Mine gefunden Währends, ich bin unterwegs Nee Wieso bist du unterwegs? Weil er die Mine will Ja, er will die Bücher Was für Bücher? Das weiß ich nicht Wieso nicht spawnern zu inzwischen durch Bücher Ach, du bist in so ner Ruine Ich bin in der Mine In der Mine sind aber keine Bücher Nee Aber es gibt Spawner In der Nähe von ihnen Ja Wie ist das ne asiatische Mine? Die ist klein Alter, das ist jetzt überhaupt nicht rassistisch gewesen Was hat das mit Asien zu tun? Äh, war immer ich gar nicht so gemeint Ich mein immer Nee, ich versteh grad nicht Nee, das mag ja sein Aber was hat denn das Weil man ja sagt, dass die so klein sind Und deswegen Boah, das doch nicht so gemeint Boah, der Eingriff Der, der Der wird nicht richtig asozial, der Junge Boah, hey Schneid das doch raus Immer diese Dorfkinder Hey 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 Hälter Das hast bloß auf, was du sagst Das ist bei Diamanten Cool Ich hätte auch Dorfdeppen sagen können Habt ihr gleich Dorfdepp? Was brauche ich denn nicht? Wann kommst du vorbei? Wenn du willst, komme ich gleich vorbei Da dann, fahr los Aber geh nicht davon aus, dass ich dir die Tür aufmache Die mach ich mir selber auf Mach klar Fress jetzt erstmal Na, kann ich nicht Das Zucker Geht mir da drauf, der sagt, dass ich hier nur am bludeln bin Ich möchte was finden Weizen hab ich keinen Bock mehr drauf Warte, Weizen kann ich super gut verarbeiten Ja Das ist heftig Ich würde jetzt mal gerne Ich hätte hier eine Neuheit entdeckt Cool, das ist ein Smaragde, aber was will ich damit? Ich hab jetzt drei Diamanten Zwei Ja, ich wollte schon sagen Hast du gecheatet? Ne, den hab ich gefunden Ich hab drei Smaragde Diamanten hab ich gefunden In der Truhe Achso Zwei und vier Muss ich mal gerade gucken Was da jetzt abgegangen ist Die, 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 die Die war 27 Minuten Warte, die Ah, man kann Redstone Ja, was? Das ist nice Man kann jetzt Mal gucken, wann Mal gucken, was das nächste Mal abstürzen tut Ist das jetzt geil gemacht worden Von den Entwicklern Ja, ich verpissele mich gleich aus dieser Höhle Wenn die Spitzhacke kaputt ist Dann, äh Bin ich hier weg Und da ist sogar Schnell wie der Blitz Jo Dann wird selbst der Pascal unter den Rainer Kalmus In Formel 1 warten Mhm Ich war ja heute wieder im McFit drinnen, ne? Mhm Äh 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 Alter Ich hab gedacht Ich, äh Krieg mich nicht mehr Da war doch tatsächlich Eine bestimmt 75-jährige Oma Im McFit Und war da Einfach die War da die Geräte am durchgehen Allesamt Mhm Ja, die war locker 75 Und da war noch eine Die lief im Rollator Durch den McFit durch Geil Ja Jetzt unrecht So Ich muss mein Inventar erstmal sortieren Irgendwie Das ist ja Ab normal Wie viel Scheiß ich dabei hab Ja Ja Wer hat die Scheiß sich immer in die Hand Und packt das in die Hosentaschen Glaub ich auch Sicher Ja Ja Sonst hältst du das Inventar ja nicht so voll Scheiße Deswegen ist mein Minecraft Mein Minecraft Küchen Noch zu Spaß Ja Ja Oh Gott Nicht Oh ne Das Wort So Kannst das noch Was Das Wort Oder die Wörterchen So Cool Ich bin auf Höhe 13 Du kannst auch zu mir kommen Nö Jetzt buddel ich mich einfach geradeaus Ich möchte in der Höhle finden Pascal Ja Ich will ja nicht viel sagen Aber dein Server ist verdammt Scheiße Du bist scheiße Meine Eisenspitzhacke ist verschwunden Soll ich mir was sagen Du bist der einzige mit einer Scheiß Connection Berti hat bei mir volle Pulle Ich habe auch bei mir volle Pulle Ich habe bei dir Ja Also ich habe volle Connection Logisch ist Gesundheit Okay Bei mir habt ihr alle nur einen Prickel Alter Jetzt mache ich mir erstmal Jetzt muss ich erstmal Eisen brennen Ich muss mir erstmal warten Keine Ahnung Ich brenne allgemein ziemlich viel Jetzt Ja ich möchte gerne mein Haus bauen Aus Eisen Ja Nein ich brauche eine Schaufel Weil ich hier ein bisschen buddeln muss Bob der Baumeister Ja Los du Typ Verliere Essen Ich will Essen Essen Ich habe noch eine Schaufel Ich brauche ich immer mehr Ich bin nicht behindert So 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 Fällt gerade ein Ich muss noch Da ist es Wir müssen gleich Wenn wir hier fertig sind Wenn wir aufgegehört haben Eine Aufnahme ist machen Muss ich mal eben noch ein Foto Von uns Von unseren drei Weil ich hier Minecraft Fuzzis machen Werde ich als Thunnail machen